Dass man ihn auch nicht aufberätseln kann, das Motorrad, das nervt. Und ihr nervt auch! Aaaaaah! Alter, ihr blöden Dreckswichser, ey. Das können wir nochmal machen. Vergiss es, dass ich den nochmal einhole. Alter! Ja, ne? Aber es fahren Kerle hinter mich, die mich abknallen wollen, ne? Das ist sehr fair von euch! Richtig fair! Weißt du? Aber ich darf nicht rumpratzen, ne? Blöder Drecksassi! Kann es ja kein geben, sowas. Das geht ja gar nicht, Mann. Weißt du? Jetzt kommen mir so eine Assis hinterher. Und die wollen mich instant killen. So eine Wichser, ey. Ganz ehrlich, ey. Geht gar nicht, Mann. Ach, Alter. Fahr! Fahr-Bengel. Kein Bock, hier nur rumzustehen, ey. Dein Gesicht, ey. Ja! Warum? Alter. Wieso? Bin erst aus dem Stil geflogen. Entschuldigung, neule. Guck mal wieder. Alter, was geht? Ja, ihr seht, er ist nur schwarz, sorry. Was soll denn das? Bin mitten im Rennen und fliege aus dem Spiel. Was? Was geht? Ja, ja, ja. Denk mich. Alter, was geht? Was soll denn das? Das ist doch behindert, Mann. Habe ich vorher noch nie gehabt, dass ich ums Spiel geflogen bin. Aber wie ist das Rennen, hat er gespeichert. Hoffe ich doch. Also jetzt kann ich das Motorrad-Winzen aufrüsten, ne? Hat er das Winzen gespeichert? Oh ja, hat er. Puh. Oh mein Gott, ey. Ja, dann mach ich nur ein Rennen. Das ist völlig legitim, was ich jetzt mal mach. Dass ich das jetzt mal mach, erstmal. Das ist so blöd, ey. Mitten im Rennen, alter, fliege aus dem Spiel. Was soll das denn? Sowas Behindertes. Wieso? Das ist so derbe Scheiße. Ob das klappt? Wollte ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich hoffe, das wird was. Ich hab noch 60 am Nitro. Ja. Nö. Wenn's so anfängt, nicht. Dann. Ne, schon wie? Warum? Ja. Ja, alter, ist so gut. Langsam reicht's. Meine Fresse. Schuh. Na gut, hört ihr, das hört ihr ja sowieso nicht, weil ich's rausschneide. Zumindest der Zukunfts-Rondex, der schneidet's raus. Und, ja. Warum muss man mit den Nase jungen und den 6. Zeitpunkt nehmen? Das ist unfassbar. Das geht gar nicht. Nein. Schon wieder Auto kaputt. Kann ich den ein Rennen nicht mal heilen lassen? Na gut, ich hab's geschafft, den jetzt ein paar hat's, aber... Ach, was ist... Ja, alter, mach doch noch ne 360-Gerate-Rion, alter. Das ist... Nein, ich reg mich nicht auf. Ich bin die Uwe selbst. Ja, alter! Oh, alter. Knapp. Das war knapp. Ach, wieso bin ich aus dem Spiel geflogen? Das versteh ich nicht. Das ärgert mich. Ich muss ja nur in die Garage und dann wieder umziehen und dann, äh... Hat auch was Gutes. So kann ich mein Motorrad wieder auftunen. Auch wenn ich einen Motor nicht machen kann, das verstehe ich so so nicht, alter. Ganz ehrlich. Wieso kann ich einen Motor nicht machen? Wäre gut, ich hab Nitro, aber... Mein gut, Motorrad mit Nitro ist unlogischer, als wenn man Motor tunen würde. Aber... Darum mir Motor nicht geht... Ich hab keine Ahnung. Weißt du, mit Autos geht das, aber im Motorrad nicht, ne? Das ist... Weiß ich nicht. Irgendwie blöd. Falls es hier irgendwann klingeln sollte. Das ist meine dumme Haustür. Und... Dann muss ich auch mal eine kleine Pause machen. Wegen begrüßen und warten, bis sie hier oben sind und... Den ganzen Krab ist halt... Drei... Es ist mir doch... Scheiße. Ja, alter, kann ich auch mal... Ich mein, gut. Warum ich jetzt in die Waffe gezückt hab, ist... Äh... Alter, mein Auto qualmt. Nur weil ich geguckt hab, wie lange ich schon aufnehme. Eine halbe Stunde schon. Alter. Ja, wir kommen im zweiten Part, würde ich mal sagen. Die dürften ja dann auch irgendwann kommen. Erscheinen. Denk nicht immer was Falsches. Das ist blöd. Das ist doch blöd. Wieso bin ich hier raus ins Spiel geflogen? Das verstehe ich nicht. Halt, Bremse! Nicht noch... Nicht noch kaputt ergehen. Wie das Auto schon wieder aussieht. Alter. 200. Mhm. Alter. Ich hab nur 860. Lass ich's noch reparieren? Nee. Gut. Leistung, Aufhängung, einstellbare Federn, ja. Einstellbare Stoßdämpfer, ja. Bodenfreiheit. Bremsen. Gut. Machen wir so halt alles. Nur kugelsicher Reifen. Wieso krieg ich keine kugelsicheren Fenster? Das sind doch Fenster, Alter. Das sieht man doch da. Das sind doch Fenster einfach. Nein. Was soll's. Sogar verschiedene Fenster. Gut. Lassen wir das. Umspritzen kann man's auch. Ja, ich weiß, das hört sich falsch an. Meine Fresse. Ihr versauten Leute. Meine Fresse. Gut. Iiiiih, braun. Ja. Da hab ich euch mal das Moberat vollgekackt. Deswegen ist das braun. Ja, hab ich's vollgekotzt? Nee. Nee, dann würde es ja so aussehen. Naja, gut. Ja, blau. 40. Ja, gut. Wollen wir nicht geizig sein. Ist ja nicht viel zu lackieren. Muss ich das nochmal nach oben ziehen. Jersey. Ich weiß nicht, dass sie... Was? Gut, hier machen wir eine kleine Pause, weil ich auf... Weil ich wohne muss. Bis gleich. So. Dann... Ähh, Nase! So. Ja, da bin ich wieder. Und... Ja, ich würde es so recht schneiden. Ich hab nicht... Die Aufnahme beendet. Gut. So. Ach, hier kann man auch noch Rennen fahren. Weil die Rennstrecke kämmen wir auch noch nicht. Dann machen wir das nochmal. Willst du eine Renn... Willst du immer eine Rennfolge, glaube ich. Willst du ein Renn... Ein Rennpart quasi. Aber ja, kein Failpart, so wie Part 9. Ja. Ach nee, es war Part 10, ne? Oder? Ja, Part 10 war das. Wo ich ja so... Gefailt hab. Gut. Hotspot. Oho! Mittel. Mittel zum Zweck. Ich muss mal... So. Damit ich die Türklingel auch höre. Na gut, die ist nicht sogar hören bei mir, aber... Kann man ja eigentlich auch einstellen. Dass sie lauter ist! Sag mal! Oh, das ist eine Sandstrecke, ne? Wie ich Sandstrecken liebe, einfach. Ich bin ja zum Kotzen, dass ich halt, dass es kein Creepy-Dorweiler-Peroleins mehr ist. In den nächsten Parts werde ich auch das Wort Creepy weglassen müssen. Weil... Ist ja normal wieder. Das verstehe ich aber nicht. Ich schließe. What the fuck? Was war das denn? Oh. Stiefbord. Bis gleich! Ich will ja gerne in den ersten wohnen, aber die lassen mich nicht. Wieso lasst er mich nicht? Nö. Weil ich keine Lust habe. Ich habe noch ein Glas Gehle-Etsen, was? Kleine Etsen, was? Ich will doch schon klein. Kleine Etsen nicht, ne? Was? Ist doch schon klein, ne? Schon wieder das kleine Glas? Jo. Das sehr kleine Glas? Mein Mini-Glas. Ja, das sieht man. Wie geil klein das ist. Aus dem Glas trinkt man normalerweise Wodka oder so, weil es so klein ist einfach. Drei Anführungsstriche. So. Dann werde ich meine rauchen und die erstmal beenden. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Jetzt muss ich mein kleines Glas trinken. Einfach. Meiner geht's. Alter. Ach so, ich fand der falsche... noch mal neu starten, bitte. Ich hab doch strinket... drückt. So. Ach man. Ich hab schon mal gesagt, dass die Sandstrecken heißen. Die hab ich schon bei Flat auch nicht gemocht. Da fliegt mir glatt die Mutaube weg. Hui. Uiui. 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 Der legt sich jetzt nicht mehr so in die Kurven wie vorher. Und warum qualmt der schon wieder? Das Auto hat sich bestimmt den Rauch eingezogen, weil ich gerade einige geraucht habe. Und jetzt raucht das Auto. Ich hab das Auto quasi mit dem Rauchen angesteckt. Nein, nicht in die Boxen. Klasse. Das will ich nicht. Erste Runde. So. Ich muss auch gleich mal wieder aufrühren, weil meine Facecam gleich zu Ende ist. Kann ja damit nur eine Stunde aufnehmen. Das ist wirklich gut Vorsprung. Das ist schön. Wollte ich mal driften mit Dings, aber es war ein bisschen zu geil. Aber das hier muss ich mal vorspielen. Das ist bei dem Auto eigentlich der Kofferraum hinten. Soll ja eigentlich sowas wie ein Lamborghini darstellen. Da ist eigentlich der Motor hinten. Das haben die bestimmt nicht hingekriegt, dass den Quallen hinten dann rauskommen zu lassen. Ach, Mann. Ui. Alter, ich bin gar nicht auf die Seite geratzt. Das war ja nicht... Und wie ist halt die Strecke dann auch mal gesehen? Bremsen. Bremsen. So. Was? Ein Brooklyn Racer? Was? Warum? Ach, kann ich in jedem ein anderes Auto gewinnen? Alter, sieht der ja beschissen aus. Reparieren. 200. Genau. Brooklyn Racer. Den gucken wir uns mal an. Sportwagen. Nein, noch nicht. Alter! Guck mal, womit ich Rennen fahre. Brooklyn Racer. Bonsai Racer. Da ist der Brooklyn Racer. Alter! Was ist das denn für eine Karre? Der sieht ja gesund aus. Zieh doch den mal rein. Habe ich gerade beim Rennen gewonnen. Damit gehe ich mal kurz raus. Guck mir den mal so an. Alter! Oh nein so. Und completed mia Guck mal drauf. Vielen Dank.